Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Schalke geht dank drei Siege in Folge in die erste englische Woche der Saison und das wirklich auch mit einem gewissen Selbstvertrauen. Am Samstag gastiert um 20.30 Uhr Dynamo Dresden in der Arena und dann geht es zweimal in die Fremde. Zum einen die zweite Runde im Pokal am Dienstag bei 1860 München und dann am Freitag geht es weiter beim 1. FC Heidenheim. Und mit Blick auf diese drei Partien innerhalb von sechs Tagen kündigte Schalke-Sportdirektor Ruben Schröder gegenüber dem Kicker nun bereits an, dass der gesamte Kader gefragt sei und alle Spieler gebraucht werden. Natürlich muss man ja auch sagen, Gramozis setzte bisher eigentlich immer auf den festen Kern an Spieler, denen hat auch stets das Vertrauen geschenkt und nun darf sich wohl der ein oder andere Profi aus der zweiten Reihe auch Chancen auf einen Einsatz ausrechnen und damit natürlich auch einige junge S04-Talente. Anders als Marc Schatkowski und Salif Sané, die noch einen größeren Trainingsrückstand aufweisen mit dem Kampf und die Plätze zeitnah, auch mit denen die Latzer und Blendi Idrissi gerechnet, die wohl in der kommenden Woche zum Comeback kommen könnten. Aber auch Spieler, die nicht von Verletzungen zurückgeworfen worden sind, aber dennoch eher selten auf dem Feld standen, könnten die Gelegenheit erhalten, sich zu zeigen. Das gilt im Defensivbereich natürlich für Timo Becker oder auch Henning Matriciani, sowie Mittelfeld für Kerem Czarnukl und Jaroslav Mikhailov, die natürlich noch nicht allzu viel zeigen konnten. Lediglich im Angriff sind zu Simon Tirot und Marius Bülter nicht wirklich viele Möglichkeiten vorhanden. Einzig Marvin Piringer ist eine Option für den Sturm. Und ich denke mal, der junge Mann kann sich auch gerade im Pokal Hoffnung auf durchaus etwas mehr Spielzeit machen. Also Schalke steht vor der ersten englischen Woche. Natürlich ist das für einen Zweitligisten, vor allem auch dessen Kader nicht der breiteste, ist nie so ganz einfach, dann komplett zu bestehen. Es werden drei intensive Duelle, natürlich auch mit zwei Auswärtsspielen, wo man logischerweise der Favorit ist, aber wo es trotzdem nicht einfach wird. Und wie Ruben Schröder auch richtig sagt, der gesamte Kader ist gefragt und alle Spieler werden gebraucht. So wird das sein. Und deswegen denke ich mal, dass auch nahezu alle Spieler in diesen drei Spielen zum Einhandskommen werden und natürlich da noch im besten Falle gute Leistungen bringen. Eure Meinung zur anstehenden englischen Woche? Geh mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.